Ausschließlich Amateure mit Spaß am Sport, die Mitglied der SG-Stern sind, waren am Wochenende zum Spiel um den Deutschlandpokal Badminton der SG-Stern Deutschland in der Reutlinger Dietweghalle zugelassen. Ziel war es, den Teilnehmern sportliche Fairness zu garantieren und speziell den Breitensport zu fördern. An zwei Wettbewerbstagen standen sich die vorab ausgelosten Spielerteams dann am Netz gegenüber. Gespielt wurde nach den Regeln des Deutschen Badminton-Verbandes im gemischten Team, Herren Einzel und Herren Doppel.